Leute, ich habe seit heute Morgen so Lust auf Ramen und deshalb machen wir zusammen Ramen. Und natürlich die Carbonara-Ramen. Und Leute, vertraut mir, so wie ich sie mache, schmecken sie wirklich am besten. Ihr fangt erstmal damit an, die Ramen ganz normal zu kochen. Aber kocht sie nicht, bis sie ganz weich sind. Dann gießt ihr das Wasser ab und fangt an, die Milch auf zu kochen. Ich habe da einfach so einen guten Schwupp reingemacht. Weiter geht's natürlich mit dem Käsepulver. Alle schön vermixen. Und dann kommen die Ramen rein. Leute, wenn ihr das riechen könntet. Weiter geht's mit der Soße und wenn ihr es nicht scharf mögt, macht bitte nicht zu viel rein. Die ist wirklich sehr scharf. Und jetzt kommt das Beste. Ihr müsst unbedingt Käse mit in eure Ramen machen. Viele denken auch immer, das ist eine Suppe. Aber Leute, nein, das ist keine Suppe. Wenn die Ramen so aussehen, dann sind sie wirklich perfekt. Die sind einfach so käsig. Und genau so schmecken sie einfach am aller allerbesten. Probiert es unbedingt aus.